So Büros, heute gibt es immer von Fumia eine echt sehr große Batterie und auch recht schwer und zwar hier die Funkenweite Scala hat insgesamt 25 Schuss und ich glaube preisiger Kaliber hat glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, 30 Euro gekostet. NEM haben wir hier 500 Gramm, in jedem Fall auch ordentlich ausgereizt das Teil und ja, bin ich auch wieder sehr gespannt drauf, mal sehen was das Ding so kann und würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich beim Test und dann wünsche ich euch viel Spaß. Das ist das Ding. Alter Schwede, das ist mal Goldregen. Untertitelung des ZDF, 2020